Sie sind im raschelnden Lauf, sie sind in den ächzenden Bädern, Sie sind im weinenden Glas, sie sind in den stöhnenden Steinen. Sie sind im raschelnden Lauf, sie sind in den stöhnenden Lauf, sie sind in den stöhnenden Lauf, nicht überpackt, wifflend, wifflend, die sind durch eure Träume. Sie sind im Zweck, sie wechselten nur die Reue. Sie sind euch nah und gehen durch eure Träume. Wir gehen durch eure Träume. Das ist nicht das Ende. Das Ende ist immer gut. Im Märchen jedenfalls. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende.